Damit jeder sieht, dass ich kein Unmensch bin und heute Weihnachten isst, erhalten alle kampffähigen Männer Brot. Aber nur, wenn ihr ganz hübsch darum bittet. Sagen Sie bitte, Sie ehemaliger Leutnant. Herr Leutnant. Bitte. Fröhliche Weihnachten. Runde vom LKW! Los, absitzen! Alle da rüber! Wahnsinn, wir kommen noch nicht mal bis an die Front. Steig aus, oder es knallt! Schieß doch! Hier ist es egal! Lass das! Kiss dich! Herr Ivan wird schon dafür sorgen, dass bald vorbei ist!